Hm, schlecht. Du verlierst an Boden. Most wanted, bitte. Meist besucht, Auftrag identifiziert. Meist besucht, Auftrag identifiziert. Meist besucht, Auftrag identifiziert. Military, Military Base. Meist besucht, Auftrag identifiziert. Der eine ist direkt auf dem Kiel, der andere noch außerhalb vom Military Base. Ganz leicht. Also ganz weiter weg. Ganz hinten. Ziemlich weit weg. Achtung, in dem Haus glitschen, Sascha. Hab ich gesehen gehabt, da hat eine Waffe aus der Wand rausgeschaut. Ja, ich kenne den Glitch. Ich kenn das. Ich hab's dir ja geschickt, oder? Wie das funktioniert. Ja, ja. Dem Robby hab's das geschickt. Ja, ja. Hat feiert, Leute. Meist gesucht. Kennst du? Ja, ich hab's gesagt. F***. Mach! Mach! Schau mal, ob noch irgendwo LKW ist. Da oben. Ah, hinten ist da einer, schau mal. Ja, aber der ist schon von jemandem leingenommen, gell? Alter, ich kann auch die Schilder, ich kann auch. Ja, ich versuche ihn zu holen, aber es wird schwierig. Da ist noch ein Hubschrauber. Den da oben auch wirklich nicht mehr. Bei diesem Fahrzeug sammeln. Ne, der ist weg. Ah, Minute noch, leck mich. Achtung, da habe ich die Kiste gekauft. Achtung, die sind hinter dir her. Ich sehe sie. Minute zwölf. Feindliche Drohne über uns. Manchmal lässt sich das so schwer steuern. Ja, rückwärts fährt er gut. Aber dafür zu langsam. Du müsstest da raus und Trophy draufhauen, oder? Ich habe kein Trophy. Doch, hast du. Bist du reinig? Ist dir sicher? Ja, ich schaue doch gerade rechts unten auf dein Bildschirm. Du hast einen Trophy. Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht bei mir. Verarsch mich jetzt. Ich sehe das hier. Wenn du mit einem LKW hockst, siehst du das nicht. Ach so, okay. Ne, du hast definitiv ein Trophy. Aber warum aktivierst du das mit Dreieck und R3? Was passiert denn, wenn du Dreieck und R3 drückst? Da steigt genau aus Versehen aus oder so. Nein, da schiebt Trophy und dann... Achtung, komm. Dreieck und R3. Ja. Ich sehe gar nichts. Feindliche Drohne über uns. Seltsam. Okay, dann hole ich den Ding. Dann kommt ein Panzerkartier. Ich bin gespannt, wenn ich ihn kriege. Ich gehe an Steuer. Die Trophy ist drauf. Ich halte ab im K1. Ja, hier ist ein Maustier drin. Hol ich aber nicht. Da, ich sehe ihn. Hier ist einer. Bei mir hinter der Mauer ist einer. Achtung auf dem Sniper unter der Mauer. Oh, Trophy. Oh, Trophy. Dankeschön. Sehr geil. Vorsicht bei dem Harngas. Der Kampf ist vorbei. Das ist jetzt seine Geisterung. Oh, die müssen jetzt drüber. David, die hoppen hier hinten. Die müssen jetzt drüber. Der Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Erbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Erbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Egal. Scheiß drauf. Achtung, wir hocken hier in dem Ding fest. Hab einen. Junge, Junge. Hab einen hier. Der Zeug liegt da, wenn du was holen willst. Direkt hier. Ja, ich versuch's schon mal. Ich zieh los. Das Gas breitet sich aus. Ich kann schnell aussteigen und wieder einsteigen. Komm wieder rein, die Sniper schon. Komm, geh wieder rein. Aus dem Weg. Ich fahre. Ach, gleich Schild hab ich nicht mit dem Nummer. Aber dafür Gas. Hey, die haben den hier drin geholt. Den Maustrieb. Wir kommen jetzt gleich von hier. Pass auf. Wir müssen hier in die Zone. Der Feind nähert sich. Wir müssen hier drüber. Ah! F**k, Alter. Die Gasmaschine war platt. Da ist er, da ist er. Da sind sie beide. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter dir, hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Der läuft noch, der läuft noch. Der läuft noch, der läuft noch. Platz. Vorsicht hier, David. Wir haben alle am Berg oben. Nicht mehr lang, glaubst du mir. Nur noch 5 Gegner. Oh, ich werd mir ganz leicht Zeug holen. Oh, ich häng fest. Ich muss Schilder auffüllen. Geht nicht anders. Park am Zone dran. Mach schnell. Das Gas breitet sich aus. Alle in die Sicherheitszone. Auf dem Weg, ich fahre. Okay, wo gehen wir hin? Einfach hier im Kreis fahren. Haben wir nochmal eine Gasmacht gekoilt? Wir snipen. Ingmar. Ab 1 K.O. Ab 2 K.O. Alleiner bricht. Wo sind die? Ich weiß es nicht. Weit kommen wir sind es. Die sind unter uns. Die sind unter uns. Das Gas breitet sich aus. Wir sind in der Sicherheitszone. Ich geh zu 2. Okay. Komm, ein Team noch mit 2 Leuten. Komm. Unten sind sie. Ganz unten. Die sind ganz unten. Ja, warte. Bar die Zone ab. Bar die Zone ab. Die zu unseren Gunsten. Die sind ganz unter dem Hangar. Die sind ganz unter dem Hangar. Ganz unter dem Hangar hab ich halt Laufenschen. Die Zone kommt zu uns. 100 pro. Ja, ich seh ihn. Ich geh auf Steuer. Da. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Das Gas breitet sich aus. Na los, brechen wir auf zur Sicherheitszone. Da unten, da unten. Nicht Kontakt. Ich fahr runter. Da unten. Termin eingestellt. Feindlicher Präzisionsluchtschlag. In Deckung. Da oben. Hinterbauch. Der ist direkt beschossen. Das Gas kommt. Ja los, brechen wir auf zur Sicherheit. Hab einen. Hasten. Hab einen. Hab einen. Einen noch. Einen noch. Er ist zurück. Dein noch. Hab ihn. Hab ihn. Ne, ne. Oh David, Alter. Alter. Ein radierter BOGA. Ein radierter BOGA. Klar, aber. Noahs. Trashtalk! 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 Motherfuckers! Puta! Puta! Deine Mama! Alter! Abschluss!